Hallo zusammen, ich bin Cendrin, bin im dritten Lehrjahr als Landschaftsgärtner bei der Firma Shop Co. AG. Heute möchte ich euch meinen Beruf Alltag zeigen. Besonders in dem Beruf gibt es so viele Abwechslungen und man kann mit verschiedenen Maschinen schaffen. Da bin ich am Humusieren mit einem Backer und da wird nachher bepflanzt mit verschiedenen Pflanzen. Firma Shop Co. AG ist ein familiärer Betrieb, hat ein tolles Arbeitsklima und eine moderne Infrastruktur. Da bin ich am Mauerbauern. Das ist ein Santura-Mauerstein. Das gilt als Gartenabgrenzung. Wenn du Landschaftsgärtner werden möchtest, musst du eine gute Gesundheit und körperliche Fitness mitbringen. Du musst bei mir draussen arbeiten und Freude an der Natur haben. Jetzt ist ein kleiner Hinblick an den Beruf Alltag als Gärtner bei der Firma Shop Co. AG erhaltet. Falls ich dich neugierig gemacht habe, bewirb dich noch heute für eine Lehrstelle bei uns.